Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute, da habe ich zum einen Neuigkeiten vom G20 Gipfel, nämlich sind das zwei Meldungen, die den Gipfel betreffen, über die ich hier sprechen möchte. Danach habe ich eine Meldung von Snapchat, denn mit Snapchat band der nächste Social Media Gigant Werbung für Kryptowährungen und zu guter Letzt, der Twitter CEO glaubt an den Erfolg von Bitcoin. Ja, vorgestern gab es erstmalig Nachrichten vom G20 Gipfel, bevor die eigentlichen Gespräche über Kryptowährungen überhaupt stattgefunden hatten. Dan Mark Carney, Vorsitzender des Financial Stability Boards, hat sich in einem Schreiben direkt an die Finanzminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer gewandt. Seiner Meinung nach ginge vom Kryptomarkt der Zeit keinerlei Gefahr für das globale Finanzsystem aus. Gestern war es dann soweit und erstmalig in diesem Jahr traten die Finanzminister der G20-Staaten zusammen, um gemeinsam das Thema Kryptowährungen zu besprechen. Ich kann vorweg schon mal sagen, allzu viel Konkretes ist dabei natürlich nicht herumgekommen, außer einem Stichtag im kommenden Juli. Bis dahin sollen allerdings noch keine vollständigen Regulierungen stehen, sondern lediglich Vorschläge gesammelt werden. Dabei geht es zunächst nur um die Sammlung von Informationen, um dann ab Juli die ersten Schritte in Richtung Regulierung gehen zu können. So wie es also aussieht, scheint sich dieser ganze Prozess ziemlich in die Länge zu ziehen, was man sicherlich als lange Phase der Ungewissheit betiteln könnte. Aber wenn das jetzt gleichzeitig bedeutet, dass man diese Zeit sinnvoll nutzt, um sich einmal grundlegend mit der Materie auseinanderzusetzen, dann ist das meines Erachtens nach gar nicht mal so verkehrt. Und vor allem zeigt mir das jetzt, dass man das Thema tatsächlich ernst zu nehmen scheint. Gerade, da hatte ich ja kurz über das Schreiben von Mark Carney gesprochen. Rein theoretisch, da könnte man aus den Worten von Mark Carney ja deuten, Er sei der Meinung, den Kryptowährungen würde es an jeglicher Relevanz fehlen. Na klar, so wörtlich hat er es jetzt nicht ausgedrückt, das ist mir auch bewusst. Aber es ging ja schon grob in die Richtung, dass es dem Thema derzeit noch an Ernst und an Größe mangelt, um Aufmerksamkeit zu erfordern. Ganz anders sehe ich da diese übervorsichtigen Ansätze der G20-Länder. Außerdem, ich habe ja immer mal wieder darüber berichtet, merkt man schon seit längerem eine große Unsicherheit vieler Staaten im Umgang mit dem Thema Kryptowährung. Das resultiert dann meist in zögerlichem Verhalten. Im Verhältnis, da gibt es wirklich nur wenige Länder, die in dieser Hinsicht schon eigene, erkennbare Ansätze gefunden haben und noch viel weniger Länder, die eine klare Haltung zu diesem Thema eingenommen haben. Muss man an dieser Stelle wirklich ganz klar sagen. Wie dem auch sei, bis zum Juli werden also erstmal Vorschläge der G20-Staaten gesammelt, um dann Schritt für Schritt Regulierung zu erschaffen. Über dieses Vorhaben herrschte gestern allerdings keine vollständige Einigkeit, denn der Präsident der Brasilianischen Zentralbank, der hat sich direkt mal zu Wort gemeldet, um zu verkünden, in seinem Land würde es zu keinen Kryptoregulierungen kommen. Auch hat man dann direkt mal angemerkt, dass in Brasilien möglicherweise etwaigen G20-Empfehlungen nicht gefolgt werden würde. Dann gab es noch einen letzten Punkt und in dem Punkt herrschte dann tatsächlich Einigkeit. Das war das Thema Geldwäsche. So sollen die Vorgaben der FATF, das ist eine zwischenstaatliche Organisation, zur Bekämpfung von Geldwäsche auch auf die Kryptowährung angewandt werden. Ja, und auch in dieser zweiten Meldung hier kommen wir nicht um das Thema G20-Gipfel herum. Hier geht es um ein Dokument oder ja auch besser gesagt um den Entwurf eines Dokumentes, welches das Medium-Unternehmen Blumenberg veröffentlicht hat. Und in diesem Dokument da geht es um die Klassifizierung der Kryptowährung. Also im Grunde genommen ist die Klassifizierung die Frage danach, wie sind Kryptowährungen anzusehen. Diese werden zwar als Währungen bezeichnet, erfüllen laut G20-Gipfel allerdings nicht die Eigenschaften eines Zahlungsmittels. Stattdessen seien die Kryptos als Vermögenswerte anzusehen. Das ist eigentlich das große Thema oder die große Aussage, die hinter diesem Dokument steckt. Und diese Unterscheidung, die macht auch tatsächlich einen großen Unterschied aus, sowohl aus steuerlicher Sicht als auch aus Sicht sonstiger Regulierungsmaßnahmen. Gerade letztere, die werden dadurch weniger dringlich benötigt. Und daher wird diese Meldung hier auch im Allgemeinen als relativ positiv aufgefasst. Ich finde aber, man sollte sich hier auch die steuerliche Seite vor Augen führen. Denn jetzt beispielsweise hier in Deutschland werden die Kryptos ja als Währung versteuert, was steuerlich auch ein ziemlicher Vorteil sein kann. Aber was das angeht, halten wir erstmal den Ball flach. Denn erstmal ist hier Abwarten angesagt. Es handelt sich hier vorerst lediglich um einen Blumberg-Bericht und ja, um noch kein vollständiges, veröffentlichtes oder in irgendeiner Weise hochoffizielles Dokument. Und ja, letzten Endes entscheidet in solchen Fragen ja auch in der Regel immer jedes Land für sich. Kommen wir jetzt zur Meldung von Snapchat. Der Social Media Kanal Snapchat hat nämlich angekündigt, zukünftig keine Werbemaßnahmen für Initial Coin Offerings mehr zuzulassen. So was hört man in der letzten Zeit ja wirklich gehäuft. Im Januar hatte es Facebook vorgemacht, hat sämtliche mit Kryptowährungen im Zusammenhang stehende Werbemaßnahmen von seiner Plattform verbannt. Und Google hat es dann, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche nachgemacht, hat angekündigt, dass ab kommenden Sommer etwaige Werbeanzeigen nicht mehr eingeblendet werden würden. Zuletzt gab es dann noch Gerüchte, dass Twitter nachziehen würde mit einem ähnlichen Vorhaben. Ja, und jetzt gibt es halt bei Snapchat keine Gerüchte mehr, sondern die offizielle Bestätigung. Hier kommt es zum Bann von Werbeanzeigen. Wie gesagt, bezieht sich das hier im Fall von Snapchat anscheinend wirklich nur auf ICOs. Wie Twitter das Ganze handhaben wird, da scheint noch mehr oder weniger in der Schwebe zu sein. Ich hatte es ja gerade gesagt, es gab schon in der letzten Woche Gerüchte darüber, dass man auch bei Twitter die Werbemaßnahmen für Kryptowährungen komplett blocken würde, wie es zuvor Google und Facebook vorgemacht haben. Man muss aber sagen, bis heute gab es dazu noch keine offizielle Stellungnahme. Auch wenn verschiedenste Bitcoin- oder Kryptomagazine darüber berichtet haben, als sei das schon beschlossene Sache. Und auch wenn eine solche Maßnahme sicherlich nicht allzu verwunderlich wäre, muss man doch ganz klar sagen, es ist noch nichts Offizielles. Stattdessen habe ich aber von Twitter eine andere Sache und die ist offiziell. Nämlich ist das eine Aussage vom CEO Jack Dorsey. In einem Interview mit der Times hat Jack Dorsey eine sehr gewagte, aber auch eine sehr positive Aussage dem Bitcoin gegenüber von sich gegeben. Er ist der Meinung, es wird zukünftig im Internet nur noch eine Währung geben und diese Währung, die ist seiner Meinung nach der Bitcoin, der über die kommenden Jahre hinweg den Dollar an Relevanz nach und nach überholen wird. Er ist sich allerdings auch bewusst, dass ein solcher Erfolg nicht über Nacht kommen kann. Er gibt eine grobe Schätzung ab, dass es über 10 Jahre dauern könnte, bis es so weit ist, aber möglicherweise passiert das auch viel eher. Fürs heutige Video waren das alle Meldungen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich über jeden Like. Falls es noch nicht geschehen, könnt ihr gerne auch meinen Kanal abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.